jo leute willkommen zum hashtag frag video dieses mal die frage was ist der beste kommentar den ich je bekommen habe man muss sagen ich habe inzwischen so viele kommentare auf meinen videos dass ich nicht sagen kann dass ich einen besten habe aber die die mir am besten gefallen sind sowas was ich jetzt vor kurzem habe weil deswegen ist er mir am prägnantesten von der einsame irre gaming aus der anstalt den habe ich vor drei tagen bekommen und das war jemand der sich bei einem plagging video darunter bedankt hat weil ich da einen guide drüber gemacht habe und dementsprechend wenn ich dann feststelle dass leute aufgrund meiner videos besser werden in was weiß ich plagging paladins bloons wobei paladins wird schwierig da durch meine videos besser zu werden da sieht man höchstens wie man die noobs abknallt aber ansonsten solche kommentare das sind für mich die wirklich geilsten kommentare und dementsprechend dürft ihr mir sowas gerne schreiben und ja an und für sich das war's wenn er fragen habt hashtag frag klein d oder frag den evo dann finden wir eure fragen auch und dann beantworten wir die gerne und in dem sinne bis morgen an die gleiche stelle auch so rein tschau tschau